Das versteh ich nicht, dass der Chef nur kippelt und krantelt wie er besser, allerweil wird er nervöser. Hast er's gemacht, so gut du kannst, richtig angzeiht hast, geschunden hast du, genau warst er, so allein. Hat er gesagt, wie er's will? Nein, er war verdächtig gestillt, aber am Schluss käifen, du hast er da eh schon alles verkneifen. Na, das versteh ich nicht, dass der Alte echt so blöd. Vorher nix sagen, sie dann beklagen, nix vorreden, dann grollen. Solltest du verrollen, einfach gehen. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020